Freunde, ich hab da was für euch. Im Januar 2012 habe ich mein allererstes Video auf YouTube online gestellt. Damals war alles noch anders. YouTube sah natürlich anders aus, aber man hatte kein Skript, man hat kein Kunstlicht gehabt, man hatte keine teure Kamera, man hat einfach das Produkt genommen, hat sich vor das Fenster gesetzt, weil da noch viel Licht war und hat angefangen loszuquatschen und zwar so lange, bis man fertig war. Und dieses Video ging dann ungeschnitten online auf YouTube und dann hat man gewartet, dass irgendwann 2, 3, vielleicht auch 5 Leute das Video gucken. Früher hat man auch nie daran gedacht, dass man irgendwann mal was mit den Smartphone-Herstellern zu tun hat, dass man vielleicht eingeladen wird zu Neuvorstellungen, zu Lounges, zu anderen Events. Man hat auch gar nicht an Messen oder sonst was gedacht und man hat auch nicht daran gedacht, dass man von YouTube leben kann, denn früher war das tatsächlich noch so, dass man eine Einladung von Google gebraucht hat. Die haben dann gefragt, Junge, uns gefällt, was du machst, möchtest du keine Werbung schalten? Bedeutet, erst dadurch wurde die Monetarisierung überhaupt möglich. Das heißt, man hat gar nicht daran gedacht, dass man da irgendwann von leben kann. Es war einfach Hobby. Nun sind 5 Jahre vergangen und es hat sich unfassbar viel getan. Die Produktionen werden viel aufwendiger, viel teurer sogar. Man holt sich teures Equipment, man hat künstlich teure Kameras, man schreibt sehr, sehr lange Skripte teilweise. Und dann wird das Ganze gefilmt und zusammengeschnitten und der Ton wird nochmal neu aufgenommen. Alles ist viel, viel professioneller geworden. Wenn man Glück hat, dann darf man sogar mit Herstellern wohin reisen, darf sich die neuesten Produkte anschauen, kommt vielleicht auf verschiedene Messen, sowas wie die IFA, CES, aber auch Mobile World Congress. Dort wird eben dann immer weiter neue Produkte vorgestellt. Und man kann sogar Geld verdienen und es theoretisch sogar zu seinem Beruf machen. Und das bedeutet, in den letzten 5 Jahren ist unfassbar viel passiert. Wie komme ich auf das Thema? Vor 2 Wochen hat MKBHD, ein Technik-YouTuber, ich glaube sogar der größte der Welt, ein Video über seine erste YouTube-Kamera gemacht. Er macht das jetzt seit ungefähr 7 Jahren und macht einen richtig, richtig guten Job. Bedeutet, er hat es auf jeden Fall verdient, der Größte zu sein. Und er hat, wie gesagt, ein Video über seine erste YouTube-Kamera gemacht. Ich habe mir das Video angeschaut und dachte, mega coole Idee, gefällt mir. Guck doch mal, ob du deine alten Kameras noch findest und dann mach auch so ein Video. Einfach, weil mir die Idee so gut gefällt und ich hoffe, dass euch das interessiert. Gesagt, getan, ich habe meine Kameras gefunden. Ich habe mich hingesetzt und jetzt gibt es dieses Video. Ja, so viel dazu. Mein erstes Setup sah ziemlich genau so aus. Ja, wirklich so und auch ungefähr ein halbes Jahr lang. Bedeutet, ich habe einen Amazon-Karton auf einen anderen Amazon-Karton gestellt. Da dann mein kleines Tisch-Stativ und da habe ich dann die Kamera, den Camcorder damals noch draufgestellt, nach unten gezeigt, vor dem Fenster im relativ dunklen und einfach nur gequatscht, ohne externes Mikro. Ich habe damals auch gar nichts geschnitten. Ich wollte einfach nur anfangen. Ich war noch sehr, sehr erschüchtern, habe sehr leise gesprochen. Hallo Leute und willkommen zu meinem Review zum Samsung Galaxy Note. Schauen wir uns mal die Verpackung an. Vorne Bild, Name. Seite, Next. Hinten ein paar technische Details. Oben Siegel, Untensiegel, Rechtsname. Viele von euch kennen vielleicht mein erstes Video, ich habe das hier nochmal hochgeladen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe damals wirklich lange gesucht, um einen ordentlichen Camcorder zu finden. Ich habe sehr, sehr viele Tests gelesen. Wie gesagt, YouTube war da einfach oder hatte mit Technik noch nicht so viel zu tun. Deswegen gab es da keine großartigen Berichte. Bedeutet, ich habe da wirklich immer noch die typischen Magazine gelesen und was man im Internet so an Tests gefunden hat. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden und zwar für den, Achtung, Sony HDR-CX-130E. Unfassbar komplizierter Name, war aber irgendwie das Ding, was damals total super war, super Preis-Leistungs-Verhältnis hatte. Das habe ich mir dann zugelegt und das war es dann. Wie war meine Erfahrung? Was hatte das für Vorteile? Es war sehr, sehr handlich, was natürlich wichtig ist, weil man ab und zu auch mal damit rumläuft. Es hatte eine Full-HD-Auflösung und zwar mit 50 Frames per Second. Das war schon eine ganz gute Sache. Es hatte ein Touch-Display und einen, Achtung, 42-fachen Zoom, wovon 30-fach wirklich optisch war. Das klang für mich schon nach einem ziemlich, ziemlich genialen Ding. Deswegen habe ich das gekauft und losgelegt. Ja, was soll ich sagen? Es war ein, oder noch ein weiterer großer Vorteil, ein Punkt, den ich genial fand, war das Display. Das konntest du ausklappen und nach oben oder unten drehen. Du konntest es komplett rumklappen. Das war einfach eine ziemlich geniale Sache und ich finde, das sollten auch heute noch alle Kameras haben. Haben aber bei weitem nicht alle. Gut, gucken wir uns das Ding aber mal genauer an. Der Aufbau, der hat sich bis heute gar nicht so stark verändert, wenn man sich mal die nächsten Generationen anschaut. Wenn man das gute Stück aufklappt, dann erscheint direkt ein Ton, der sich komplett in euren Kopf brennt. Ich werde den mein Leben lang nicht vergessen, den Anschaltton und den Auslöseton, der ist einfach drin. Wenn man das Gerät nämlich aufklappt, dann schaltet sich das gute Stück an und wenn man es zuklappt, dann wird das Ganze direkt automatisch ausgeschaltet. Das ist sehr, sehr praktisch. Trotzdem haben wir an der Innenseite, also wenn wir das Gerät aufgeklappt haben, natürlich den Ein-Aus-Power-Button. Dann haben wir auch den Zugang zur Galerie und dann ist da noch so eine kleine Klappe und dahinter stecken dann noch ein Mini-HDMI und ein Mini-USB-Port, damit man das dann eventuell doch direkt an den PC anschließen kann. Oben gibt es dann nochmal Tasten und zwar einmal diese Zoom-Wippe zum Rein- und Rauszoomen. Das hat sich, glaube ich, bis heute wirklich gar nicht verändert. Dahinter finden wir dann aber noch eine Taste und zwar einmal den Fotoauslöser. Man kann damit auch Fotos machen und einen Modus-Knopf, um zwischen Video und Foto hin- und herzuschalten. Klar, macht ja irgendwo Sinn. Rechts gibt es dann noch den AV-Receiver-Anschluss und hier kommt dann auch das Ladekabel rein. Das große, lange, dicke Ladekabel-Micro-USB war dann nämlich noch gar keine Sache. Hatte aber den Vorteil, dass man die Kamera direkt die ganze Zeit laden konnte, weil das Kabel wirklich so lang war. Gut, auch das ist natürlich nicht alles an der Rückseite. Also direkt zu uns zeigend ist dann noch der Akku, den man natürlich auch wechseln konnte. Und darunter dann eine kleine Klappe. Da kommt dann die SD-Karte oder da kam und kommt auch heute noch die SD-Karte rein. Und es gab noch ein bisschen mehr. Denn es gab unten natürlich auch noch einen Platz für ein Stativ und zwar mit Metallgewinde. Und das war schon sehr, sehr genial. Ja, dazu komme ich dann gleich aber nochmal im späteren Verlauf und im Wechsel der Generationen. Sehr genial war auch, dass Sony die, oder ein USB-Kabel direkt in diese Halte-Klammer-Griff, diesen, ja unter diesen Haltegriff gepackt hat. Beziehungsweise in den Haltegriff. Dann hatte man nämlich immer so ein USB-Kabel dabei und konnte das erstens nicht verlieren. Und zweitens die Kamera immer anschließen. Sehr, sehr geniale Sache. Auch das soll natürlich nicht alles sein. Irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, meine eigenen Thumbnails einzustellen. Also diese Vorschaubilder, auch das ging am Anfang natürlich nicht. Da musste aber eine neue Kamera her, weil ich dachte, okay, Camcorder, ja, passt. Die Bilder werden okay, aber das sieht noch nicht ganz so geil aus. Deswegen habe ich dann geschaut, wieder gelesen, was gibt es da so. Am besten relativ günstig. Und dann bin ich auf die Canon EOS 1000D gekommen, die keine Videos machen konnte. Das war damals vor allem im unteren Preisbereich einfach nicht normal für Spiegelreflexkameras. Dann habe ich mir die zugelegt und habe von da an dann immer quasi diesen Doppelpack gehabt, Camcorder. Und dann auf der anderen Seite eben die Canon, um Videos zu machen und um Fotos zu machen. Ja, und dann war ich quasi immer im Doppelpack unterwegs. Gut, irgendwann war es dann so, dass die Sony so laute Systemgeräusche macht oder selbst so laute Geräusche gemacht hat, dass man das in den Videos gehört hat. Hat mir absolut gar nicht gefallen. Garantie war natürlich schon futsch. Da musste also was Neues her. Ich habe wieder gelesen, hier und da, mehr online, weil das kam mittlerweile immer mehr. Und dieses Mal habe ich mich dann wieder für Sony entschieden, für die HDR-CX320E. Die hatte ziemlich genau, oder hat auch immer noch ziemlich genau dieselbe Größe, aber natürlich hat sich im Inneren dann ordentlich was getan. 4K war zu der Zeit noch lange kein Thema. Deswegen hatte auch sie eine Full-HD-Auflösung mit 50 Frames per Second. Aber ein großer Vorteil war, dass man die Videos schon in MP4 speichern konnte und nicht weiterhin in AV-CHD. Das ist wie so ein Misch-Ding-Format. Also MP4 ist schon mal eine der wichtigsten Besserungen. Dann gab es natürlich einen neuen Sensor. Es gab mehr Zoom, 55-fach, wovon auch wieder 30-fach optisch war. Habe ich immer noch nicht gebraucht, um meine Smartphones zu filmen, fand ich aber unsagbar cool. Einen besseren Akku natürlich und besseres Bild und besseren Ton. Eine weitere Sache, die mir sehr, sehr wichtig war, war, dass das Stativgewinde wirklich vorwandert. Denn vorher war es so, wenn ich das Ding auf meinem Stativ hatte, den alten Camcorder, dann konnte ich nicht an die Karte gehen, weil eben das Ganze im Weg war. Aber das hat sich nun gebessert. Das ist, ich weiß nicht, 2 oder 3 cm vorgerutscht. Und zack, dadurch hatte sich also dieses Problem erledigt. Und ja, damit hatte ich dann schon eine Menge Spaß. Und jetzt sitze ich genau hier. Und zwar filme ich gerade. Ich zeige euch das mal. Das sieht nämlich wieder ganz nett aus. Hat so ein bisschen was von früher. So sitze ich jetzt gerade hier. Damit filme ich jetzt. Das ist die Samsung NX500. Mit der bin ich sehr zufrieden. Dann haben wir hier meine zweite Kamera. Und das hier ist meine erste Kamera. Ihr habt davon schon verschiedene Aufnahmen gesehen. Ja, Samsung NX500. Ich bin unfassbar zufrieden damit. Wirklich, wirklich cooles Teil. Gefällt mir tatsächlich sehr. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ob ich in 5 Jahren nochmal zurückgucken werde und denke, Junge, was hast du denn da eigentlich gebaut? In den nächsten 5 Jahren wird sich natürlich sehr, sehr viel tun. Und ja, ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Ich hoffe wirklich, das hat euch interessiert. Und das hat euch gefallen. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, habt ihr eure erste Kamera oder euren ersten Camcorder noch? Funktioniert er noch? Und was macht ihr damit? Liegt ihr nur noch in der Ecke oder benutzt ihr ihn noch? Ich fände das ganz cool. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Fotos natürlich hochladen bei Facebook, Twitter oder Instagram von euren alten Kameras. Und dann gucken wir einfach mal, wer wie unterwegs war. Finde ich erstens eine ziemlich, ziemlich coole Sache, um mal so zurückzugucken. Und dann weiß ich halt, dass hier sehr, sehr viele verschiedene Generationen mit dabei sind. Und wenn man mal so die von früher vergleicht mit dem, was man heute macht, da sieht man halt auch so einen kleinen Zeitstrahl. Vielleicht ihr wisst schon. Wenn ihr Lust habt, dann macht das doch einfach. Markiert mich und dann gucke ich mir das alles an. Und jetzt würde ich sagen, war es das von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Macht's gut. Schmerz euch gleich. ihr